hallo und willkommen zurück bei das testament des sherlock holmes wir sind ja der letzten folge hier so ein bisschen rum geirrt haben es aber dann doch irgendwie geschafft mit zauberpulver unsere drei russen aus ihrem wohnwagen zu vertreiben die lassen sich jetzt ja im waschraum gut gehen mit einer kiste voll mit wodka ich höre geräusche wir sind nicht allein und sollten äußerst vorsichtig sein was okay da ist jemand drin ja aber wir müssen doch da rein weil hier sherlock will doch irgendwie bei scotland yard anrufen ich muss in das zimmer gelangen in dem sich das telefon befindet aber nicht von außen das fenster ist sicher fest verschlossen ja aber von innen kommst du ja auch nicht ran weil da willst du ja nicht rein also er muss da rein aber wie käme da hoch bitte also durch die tür will er nicht da meint er ja da ist es was dieses fenster dürfte eine bessere wahl als die haupttür sein ich glaube es ist zu hoch außerdem ist es mit gitterstäben gesichert und das fenster dahinter ist verschlossen naja gut fenster ist mir wurscht ich hab'n praktischen diamantschneider oder glasschneider in form eines diamant rings sagen wir so rum nur wie komme ich da hoch können wir jetzt eventuell die leiter nehmen hier sind ja immer noch leiter die leiter ist nur mit einem bolzen an der wand befestigt naja und wir haben doch hier so eine säge die leiter ist nicht allzu schwer ich kann sie tragen ja dann mach mal okay wir haben eine leiter die ist bestimmt zu kurz aber vielleicht reicht es ja mal schauen in spielen ist ja einiges größer oder kleiner als es sein soll latschen wir nochmal zurück zur not müssen wir halt irgendwie nein doch hier ja ja oder nein das kann ich nicht tun das kannst du nicht tun okay dann gehen wir die zweite seite holen ich hege den verdacht dass man die wenn man die verbindet unter berücksichtigung des drahtes dass man dann eine die leiter ist nicht allzu schwer ich kann sie tragen ja ja hast du schon zwei leitern so aber ich wollte halt sagen dass man die in verbindung mit dem draht hier bestimmt zusammen riemeln kann eine große leiter sehr schön kann man hier noch den ledergürtel eventuell als verstärkung mit nein hätte ja funktionieren können also ich hätte jetzt noch da den gürtel drum herum gemacht irgendwie an einer seite weil sicher ist sicher so wo ist meine große leiter da da äh ja sieht natürlich auch sehr sehr gut aus okay wir können jetzt hier erstmal ich könnte die stäbe zersägen und mir so einen durchgang schaffen der breit genug ist ja ja dann mach mal hier irgendwo wo auch immer du gerade sägen willst okay da mal los okay deswegen man kann es nur an gewissen stellen hier benutzen millimeter daneben und es funktioniert nicht so und hier könnten wir ja nein das ist nicht nötig doch nein das ist nicht nötig natürlich eine gute idee den diamanten des rings zu benutzen holmes genauso wie bei marquis erinnere ich sie etwa an den affen der die halskette gestohlen hat genau so gut gemacht holmes offen es wird zeit mich in die höhle des löwen zu wagen watson ich kann nicht abschätzen wie lange ich brauchen werde um den telefonapparat zu finden nutzen sie die zeit um in den schuppen zu gelangen wo die bomben gebaut wurden sofort ich stoße später wieder zu ihnen naja er stößt wird dazu unser rat gut dass die zusammengefallen ist nachdem wir da oben waren hier ist nichts interessantes okay so auf zu dem schuppen haben wir als watson irgendwas im inventar nö zumindest funktioniert scrollen nicht dank des wodka vorrats ist es ruhig im waschraum wahrscheinlich haben die anarchisten nicht einmal bemerkt dass sie eingesperrt sind du das war aber grad da ziemlich laut also da musste ich komplett überhört haben dass es da ruhig ist ich kann hören wie flaschen geöffnet werden die drei brüder unterhalten sich lebhaft auf russisch sie scheinen sich betrinken zu wollen perfekt naja ok so haben wir hier was übersehen vielleicht dass äh ja potzen machen wir auf können wir noch was mitnehmen naja ne gießkanne können wir mitnehmen hier muss wasser sein was hier muss wasser sein der ofen überhitzt weil das feuer nicht gelöscht wurde ich sollte mich schnell darum kümmern äh ja dann hier äh lappen ein großer trockener lumpen oh und da ist noch ein schlüssel ein schlüssel coole sache so ähm ja können wir jetzt hier mit dem lappen und du das bringt nichts was ist das da schweineschmalz wollten sie das wirklich essen keine ahnung frag sie mal äh ja jetzt haben wir hier ah im moment vielleicht mit der gießkanne Moment äh das wurde aber auch zeit so okay jetzt haben wir einen schlüssel kommen wir mit dem schlüssel wozu ist der schlüssel jetzt gut ist der für den wohnwagen oder oder ist das abgeschlossen ja ja hier schlüssel eine hübsche matroschka mal sehen ob sich etwas darin befindet ja dann mach mal auf super 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 ein schlüssel hurra hurra wir brauchten einen schlüssel um einen anderen zu finden hier noch was irgendwie jetzt pony mitnehmen einer der brüder scheint einer der brüder scheint leidenschaftlich gerne holzarbeiten zu schnitzen wenn er nicht gerade bomben baut natürlich ja ich denke mal nicht dass es der der blonde bruder ist alexei eine verzierte spielzeugtruhe der name lässt darauf schließen dass sie einem gewissen alexei gehört sie ist verschlossen ja dann mach mal hier mit dem schlüssel auf ja was ist das ein beutel mit murmeln ja hauptsache du nimmst das mit schöne kreisel hübe brief auf frussig hübe hübe ein kyrillischer brief mit einem merkwürdigen symbol ok der zeige einer uhr diese anarchisten sind wirklich merkwürdige handwerker hübe so jetzt habe ich einen zeiger von der uhr murmeln und einen brief den ich nicht lesen kann und hier sind irgendwelche kreisel mit denen ich aber nichts anfangen kann super können wir äh ne aufmachen können wir das auch nicht Herrschaftszeiten so Pferdchen können wir auch nicht mitnehmen die leere flasche auch nicht hier so ein fisch oder kann ich oder kann ich ja ich würde ja wohl jetzt nicht den ganzen brief da übersetzen müssen oder guck mal gehen wir nochmal zu dem Wörterbuch auch das wir leider nicht benutzen können schade ok der schuppen beziehungsweise gehen wir erst noch hier mal reingucken nicht dass wir jetzt hier mit Watson auch noch was machen können nup nup nix nix ok dann bleibt uns ja eigentlich nur noch der Schuppen übrig nix äh äh ich brauche etwas ja ok ja doch schon mal den ich brauche etwas den Zeiger hier hingelegt äh what what dieses Symbol habe ich schon einmal gesehen auf dem Blatt Papier das ich in der Truhe der Anarchisten gefunden habe äh ja ok also dann ist das wohl das richtige Symbol aber äh ach du Scheiße ach du Scheiße äh äh wie kann ich denn das jetzt bitteschön hin das überall dieses A drin steht scheiße das ist nicht gut die sich sind auch von bis ich schwarz werde. Aber wie ich das dahin bekomme, weiß ich jetzt nicht. Zurücksetzen. So, da haben wir alle. Moment, was kommt denn dann? Also, es startet mit dem. Dann kommt das komische Z und dann kommt das A. Dann sind wir wieder da. Okay, das heißt, wenn man einmal rundum geht... Da geht's auf. Ja, ja, hier, mach auf. Äh... Jo... Klar. Hier ist der Tisch für den Bau der Sprengsätze. Ja... Nein... Da ist etwas. Naja, hier ist... Oh Gott, nee. Kann man jetzt hier falten. Das sieht doch fast gut aus. Da stopfen wir jetzt Tabak rein und fangen das an zu rauchen. So, zurücksetzen. Dann fangen wir mal hier außen an. Gehen wir von außen nach innen, oder? Irgendwas würde er ja schon hier passend falten. Oh, oh, oh. Äh... Das sieht schon mal ganz gut aus. Wenn wir das jetzt falten, dann klappt der das nur nach... Ja, zusammen. Dann haben wir wieder unsere... Unsere Tüte. Ich weiß jetzt aber nicht, was auf der anderen Seite ist. Deswegen... Wenn wir das jetzt biegen, haben wir... Haben wir auf jeden Fall hier die Spitze irgendwie hier. Ja... Sodass, wenn auf der Rückseite noch was ist... Was eventuell passt. Oder auch nicht. Äh... Nee. Aber das sah schon mal ganz gut aus. So, zack. 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 So, mehr... Hab ich nicht. Oh, oh, halt. Hier haben wir noch was zum Falten. Äh... Noch... Noch eine Falte. Hm. Okay. Ein Plan für russische Bomben auf einem japanischen Origami. Um Wahrzeichen Englands in die Luft zu sprengen. Wirklich kosmopolitisch. So, ja. Dann zeig mal her. Äh... Untersuchen. Dieser Plan erklärt Schritt für Schritt den Bau einer Bombe. Ja. Schön. Aber ich hab kein Dynamit. So, also. Das... Ja, wie? Das bringt nichts. Wieso? Das bringt... Ja, dann hier weg. So. Was haben wir denn hier? Ja, gut. Eins ist Dynamit, was ich nicht hab. Zwei ist... Da die Kiste. Wo sind drei? Ja, gut. Eins ist Dynamit, was ich nicht hab. Da die Kiste. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ja, wieso? Doch, das muss doch hier... Das bringt nichts. Irgendwie dran. Das bringt nichts. Gezwirbelt. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Naja, ist ja schon gut. Hier. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Fünf. Acht. Ja, aber... Schön, das sind halt die Teile, aber... Das bringt nichts. 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 Wieso nischt? Abgeschlossen. Natürlich bringt das was. Das bringt nichts. Entweder fehlt mir jetzt hier irgendwas ganz essentielles. Also außer das Dynamit. Äh, Dynamit. War Dynamit? Abgeschlossen. Was kann man denn hier? Diese Kiste enthält Funkempfänger und Kupferdraht. Äh, ja dann nimm mit. Was ist das? Kupferdraht, achso. Äh... Ja. Nein. Okay. Können wir auch nicht. Ähm... Was haben wir hier noch? Ne, ich wollte hier in den Schrank gucken. Uh. Ein Brecheisen. Oh ja, das ist... Abgeschlossen. Ja, ja. Nicht mehr lange. Dynamitstangen. Okay. Und mit der Dynamitstange können wir bestimmt jetzt hier an der Bombe weiter basteln. Vielleicht hat das einfach nur gefehlt. Okay, aber wir basteln dann unsere Bombe erst in der nächsten Folge. Bis dann. Mal.